Musik Ein Notruf geht bei der Bundespolizei auf dem Düsseldorfer Flughafen ein. Schnelligkeit ist nun oberstes Gebot. Die Bundespolizei hat sich deswegen für den Segway als Einsatzfahrzeug entschieden. Um ohne großen Zeitverlust an den jeweiligen Einsatzort auf dem Airport zu kommen. Mit dem Segway kommen die Polizisten fließend durch die Menschenmenge und das dreimal schneller als zu Fuß. Vor Ort wird mit Hilfe der Einsatzfahrzeuge der Gefahrenbereich abgesperrt. In diesem Fall hat ein herrenlos herumstehendes Gepäckstück die Aufmerksamkeit der Beamten geweckt. Der Flughafen hier in Düsseldorf ist nach Frankfurt und München der drittgrößte Flughafen in Deutschland. Und an verkehrsstarken Tagen, wie zum Beispiel die Sommer- oder die Winterferien, nutzen über 50.000 Fluggäste den Flughafen hier in Düsseldorf. Und wir, die Bundespolizei, nutzen dieses Einsatzfahrzeug schon seit Februar 2010 und sind in dieser Zeit schon über 1.600 Kilometer pro Gerät gefahren. Wir haben hier am Flughafen in Düsseldorf vier Segways hier im Einsatz. Diese Segways sind im Dauerbetrieb, also im Dreischichtrhythmus, 24 Stunden rund um die Uhr. 10 bis 15 Kilometer legen die Polizisten durchschnittlich pro Tag mit dem Segway zurück. Für knapp 40 Kilometer würde eine Akkuladung ausreichen. Durch den Wegfall der Fußmärsche haben die Beamten mehr Kraft für den Einsatz selbst und bewältigen ihre Aufgaben effektiver und schneller. Die Fläche, die pro Mann kontrolliert werden kann, vergrößert sich mit dem Segway um das Dreifache. In der Phase, wo wir diese neuen Einsatzmittel jetzt eigentlich nutzen, haben wir festgestellt, dass hier wesentlich präsenter hier am Flughafen ist. Man kann eigentlich sagen, dass das subjektive Sicherheitsgefühl um ein Vielfaches gesteigert wird. Wir werden wesentlich besser wahrgenommen vom Fluggast, vom Reisenden. Wir werden offensiv angesprochen. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Bürgergespräche hier am Flughafen. Das ist eigentlich das, was wir wollen. Viel sprechen mit unserem Gegenüber, mit Fluggästen, mit Bürgern. Und man muss auch sagen, durch die erhöhte Position haben wir auch einen wesentlich besseren Überblick über unseren Einsatzraum. Der Segway-Einsatz der Bundespolizei am Düsseldorfer Flughafen garantiert mehr Schnelligkeit und Sicherheit. Zudem fördert er auch den Kontakt zwischen Bürgern und Beamten. Der Segway ist somit das perfekte Einsatzfahrzeug, um die Bundespolizei optimal zu unterstützen. Jetzt, nach den ersten Monaten, kann man eigentlich sagen, dass die meisten Kollegen eigentlich sehr begeistert sind und auch sehr gerne mitfahren und dieses Gerät nutzen. Zudem für diesejalostat-T Venuspolizei optimal, oder перiend polarise活動 und einlebEmbrum. Danke für unser Lebensspotenzial! Vielen Dank.